Dieser Renault Clio mit Tageszulassung ist hier zum Verkauf angeboten. Die rote Limousine ist 5-türig und bietet Platz für 5 Personen. Die Limousine verfügt über zahlreiche Ausstattungsdetails wie Navigationssystem, Alufelgen, Bordcomputer, ESP, Einpackhilfe und noch vieles mehr. Der sparsame Benziner hat eine Leistung von 90 PS. Der Wagen ist mit einem 5-Gang-Schaltgetriebe ausgestattet. Der angegebene Verbrauch liegt bei nur 4,7 Litern pro 100 Kilometer. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gern Ihre Fragen. Der Wagen ist mit dem Anfänger. Oder die